Gib mal Gas. Der vorrangige Flugeigenschaft. Ja, der muss erstmal die Schwimmigkeit ziehen. Das liegt da gar nicht schlecht. Der hört sich der Jek an. Wenn der Sound nicht mehr von dem Scheiß von der Probella, würde er sich nicht gut. Das ist viel Geld in die Kaffeekasse gerade. Das war nicht schlecht. Am Anfang sah es etwas. Am Anfang sah es etwas. Ja, der war zu langsam. Der hätte fester geworfen werden müssen. Den kannst du nicht anfassen. Weil du sonst dem Probella kommst. Der muss noch ein bisschen gekümpft werden. Der muss noch ein bisschen gekümpft werden. Aber ich ziehe den Weg. Der war nicht einfach der Jawohl. Und dann hat das jetzt den Weg zu einem soren. Und dann, wenn du es da ganz anders ist.